Gehöre in verschiedenen Matchs zu den letzten 10 Spielern. Also insgesamt müsst ihr in 3 Matchs zu den letzten 10 Spielern gehören. Ich würde euch erraten, defensiv zu spielen. Spielt eventuell mit einem Freund, wartet dann ab, geht mit dem Sturm weiter. Wie ihr seht, aktuell bin ich in der 4. Sturmphase, es leben noch 11 Spieler. Sobald noch ein Spieler stirbt, bin ich unter den Top 10. Wiederholt das Ganze dann insgesamt in 3 Matchs, dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Ihr seht, ist gerade ein Gegner gestorben und jetzt bin ich unter den 10 Spielern.